Mose muss fliehen Teil 2 der Geschichte von Mose Als Mose erwachsen war, wurde ihm bewusst, dass er anders war als die Ägypter um ihn herum. Er war ein Israelit, also ging er zu den Israeliten und sah sich an, wie sie lebten. Die Israeliten waren damals Sklaven der Ägypter und mussten viele harte Arbeiten für sie verrichten. Mose beobachtete, wie ein ägyptischer Aufseher einen alten Mann schlug, weil er zu langsam arbeitete. Das machte ihn so wütend, dass er einen günstigen Zeitpunkt abwartete und den Aufseher unbemerkt tot schlug. Am nächsten Tag war er wieder bei den Israeliten und sah zwei von ihnen streiten. Einer der beiden schlug den anderen. Mose fragte ihn, warum schlägst du den Mann? Ihr seid doch ein Volk und solltet euch wie Brüder behandeln. Der Mann erwiderte, wer gibt dir das Recht über uns zu urteilen? Du bist keiner von uns. Willst du mich jetzt auch totschlagen, wie gestern in Ägypter? Mose erschrak. Durch diese Unterhaltung wurde ihm klar, dass der Mord an dem Aufseher nicht geheim bleiben konnte. Bald würde der Pharao davon erfahren und ihn einsperren oder sogar töten lassen. Er floh noch am selben Tag. Mose floh in ein Nachbarland Ägyptens. Dort gründete er eine Familie und lebte als einfacher Schafhirn. Entschuldigung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In deraunlichen Verh�ungsringen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.